Ist das geil, oder? Platz für 8 Mann? Kann der was? Der kann nichts. Schade. Halt! Ich muss meinen Weg markieren. Ach, das ist ja geil. Guck mal, die ist direkt neben meiner Hütte. Büro von D4 Blade. Wie geil. Wie geil. Weg da, das ist ein Großraumfahrzeug. Hier geht die Action ab. Weg da. Das ist geil. Damit rücke ich mich mit meinen ganzen Kompagnons an. Leider haben wir da zu viele, aber ist ja wurscht. Und... Alter, geil. Oh, die Jungs, die gehen ab, das sage ich euch. Wenn jeder von uns so ein Großraumfahrzeug hat. Weg da. Warum zu stellen, wenn der Rückwärtsfahrt? Okay. Ähm, die Frage ist, kann man die Fahrzeuge mittlerweile... Das wäre jetzt natürlich geil. Haben wir die mittlerweile tun? Was ist das, ein Allradfahrzeug? Der fährt so komisch. Der beschleunigt aber auch dementsprechend. Das Ding ist geil. Boah. Scheiße, auf den Insertion. Dann können wir mal ein, zwei Raketen hochverkommen. Und mal wissen, ob das überhaupt was taugt. Nein, natürlich werde ich mal den Insertion nicht mehr geben. Ja. 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 Oh, weg da. Man ging schon mal in die U-Bahn da runter. Ja. Ich wäre bloß nie aufgefallen. Jo. Okay, er hält einen Schuss aus. Steckt man da unten. Ich hoffe, dass da keiner kommt. Und dann gehen wir mal hoch. Da kommt schon Kops. Ihr seid oben, ich bin unten. Ihr wollt gar nicht wissen, wo ich bin. Was? Was? Oh, oh. Wie lange das dauert, bis die scheiß Sterne weg sind. Oh, jetzt sind sie weg, Gott sei Dank. Wir haben ein bisschen knapp gewesen. Herr Officer, guck mal, ich habe auch eine Waffe. Man, der ist viel hübscher als bei einer. Vollidiot. Mal weg da, da oben ist mein Büro. Jetzt will ich jetzt mal, Alter, da kam noch einer. Aber ich meine, Autos in die Luft jagen. Oh, mein schönes Auto. So, treten wir mal unsere Nachbarn mit der neuen Disco-Beleuchtung. Jetzt mal rein. Welcome to your office, Madam. I'm your new executive assistant. I'm here to make life as easy as possible and to help this business run efficiently. The recreational area slash breakout space. Going through to the executive suite. We're all set up to grow this company with everything a modern executive could want. There's the boardroom. The gun locker's been installed to your specification. The safe's been fitted. It's so discreet, no one will know it's there unless you want them to. Here are your personal quarters, where you can freshen up, take a quick nap, or change for a meeting. Most important of all, though, is your executive terminal. Here's where you'll access the SecuroServe special cargo network to take this operation to another level. I'll tell you all about it when you first log in. So that's it. Take a look around, get settled in. I'm at the front desk or on the end of the phone whenever you need me. Ich bin gerade ein bisschen baff, aber ich finde das geil. Ich bin gerade ein bisschen baff, aber ich finde das geil. Ach, das gibt's halt nur mehr Aufzüge. Na gut, wahrscheinlich führen alle Wege nach Rom. Ähm. Okay, ich kann meine Einrichtung jederzeit ändern. Du denkst mir ein paar Schäden, Boss? Boss? Ja. Oh, hi. How can I help you? Das ist ja geil. Just let me know, what you need. Ach, guck an. Looks like your pockets are full. Quite a collection you've got here. Let me know, what you want, and I'll have the pockets to get it ready. Hi there. Ruhig. So long. So, schauen wir uns gleich mal ein bisschen in unserem Büro um. Wieso? Hallo? 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 Empfangsdame? Ähm. Ähm. Ich kann meine Waffen nicht sehen. Hallo? Na, nix bei. Ich bin noch nicht weg. Warum habe ich denn verschlossene Tür? Schnauze. Ish. Have a good day. Oh, hi. Ruhe jetzt. So. Hier ist mein... Schlafbereich. Cool. Hier ist dann wahrscheinlich mein Büro direkt neben dem... How big is it gonna be? It's gonna be huge. Ähm. Alter, wie die labert. Kann man die nicht abschalten? Hier ist ne Dusche drin. Also nur ne Dusche. Dann haben wir hier... Ein Bett zum... Ofen. Dann ist hier... Ah, hier ist WC und... Hände waschen. Warte, wir schauen uns das jetzt mal in der Ego-Sicht alles an. Ein Rum trinken. Rum haben sie auch neu eingefügt. Normalerweise war es ja irgendwie ein Scotch oder ein Whisky. So. Genau. Das war's. Warte, wirkt der schon? Ne. Okay. Ähm. Kleider schon. Ist ein bisschen verwaschen, finde ich gerade. Ähm. Toiletten, wie gesagt. Okay. Läuft so komisch. Sowieso. Okay. Ähm. Ladeschrank könnte man sich umziehen zur Not. Hier war ja... Dusche. So. Du siehst sehr scharf, Boss. Ruhe. Drucker. Oh, ein kurzer Saft. Rumpus Saft. Muss auch kurz was trinken. Oder Moment, nur. Nein, nein. Ich bin zu Hause. Lass uns später sprechen. Was heißt das? Führst du hier Gespräche, die dich gar nichts angehen? Hier, irgendwie sowas. Warte, was war das? Warte, hier. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Warte, 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 warte. Achso, ich kann mich hier hinsetzen. Ähm, Laptop benutzen. Ah, okay, das ist bloß... bloß Ding jetzt. Ist das auch neu? Okay, will ich gar nicht. Gut. Ich dachte, sie auf dem Laptop rumhackt. Äh, aufstehen. So, darf ich auch mal wieder weg hier? Genau, danke. Aha, Los Santos. Ist ja geil, oder? Was sind das für rote... Ich glaube, das werden wir später noch mitkriegen. Echt geil. Echt geil. Doch, gefällt mir. Das kommt geil. Und ich bin echt mal gespannt, was man so machen kann, wenn die Jungs mit dabei sind. So. Könnte ich TV schauen. Hier habe ich mein Büro, aber zuerst... Ah, guck, nämlich hier ist der Whisky, genau. Und ein Radio zur Not. Wir trinken jetzt mal nichts. Aber auch noch was. Was war das? Okay. So. Okay, ich brauche auf jeden Fall Leute, weil sonst funktioniert es nicht, weil alleine geht das hier gerade gar nicht. Schade. Das heißt, wir machen das nicht in offenem Server. Das habe ich jetzt echt keinen Bock drauf. Das warten wir tatsächlich, bis dann die Jungs da sind. Ähm. Ein Chin gab es auch gerade, habe ich gelesen. Ziehe ich um? Nein. Ich bin hier für dich, Boss. 100% Das ist schön. Kannst du mir... Was kann ich für dich tun? Wie wählst du zwischen deinen Kindern? Jetzt pass auf, die Pause auf. Beschriftet, Pipapo. Ähm. Ich bin hier, wenn du mich brauchst, Boss. Okay, also das heißt, erholen ein Fahrzeug. Die Frage ist, wenn ich ein Helikopter angefordert hätte, wäre die auf dem Dach gelandet, oder? Ähm. Das würde ich jetzt noch mal kurz testen. Wenn ich jetzt einen Helikopter anfordern möchte, und zwar... Ja. Und zwar möchte ich ein Pegasus-Fahrzeug... Schau mal, ist das alles das, was ich habe, oder sind das alle Pegasus-Fahrzeuge? Kauf dies. Ja, natürlich. Das sind alle, die es gibt. 20 Stück. Wir müssen ein paar Beine machen. Ja. 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 Es ist auf der Weg zum Helikopter. Okay. Oh! Ach geil, ich habe sogar Landeplatz auf dem Dach. Das ist ja, das ist ja cool. Zumindest habe ich den Helikopter, den nicht jeder hatte. Ja, geil. Muss ich sagen, geil. Der Anker hängt raus. Sehr schön. Also ganz normale Heli, bloß halt in einer anderen Farbe. Ja, doch gefällt mir. Gefällt mir. Also... Das kann ich jetzt noch machen, weil ich anrufe. Ein Luxushelikopter anfordern für 5000. Sehe ich aus, als hätte ich ein Geldscheißer oder was? Ich werde es mit Sicherheit irgendwann machen. Obala, falscher Knopf. Ähm... Was? Warum? Ah, Blattstahl. Ich freue mich jetzt nicht. Oh, Linie 1 gelandet. Cool, guck mal mit. Mit Warnhinweise. Sehr cool. Was? Meine Waffensysteme sind schon auf. Warum dreht der Rotor? Warum... Ähm... Ich verstehe jetzt, ob er will. Naja. Also ich muss sagen, cool. Und ich freue mich schon, wenn die Jungs da sind. Ja, ich bin ja immer noch alleine auf dem Server, ja. Ich dachte schon, dass einer von den Jungs mitbeigetriechen wäre. Tja. Dann würde ich mal sagen, wieso... Ich hoffe, der fliegt jetzt nicht alleine mit. Ähm... Cool, cool. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn die anderen mit dabei sind. Und dieses gigantische, geile Panzerfahrzeug auch noch irgendwie mal in Aktion erleben oder sowas. Ja. Das war eigentlich vorerst mal alles. Wie gesagt, man kann so ein bisschen sein Imperium aufbauen und so. Ich hoffe mal, dass das irgendwie kommt. Ähm... Aber wir müssen ja an den Rechner ran, sobald mehr Leute da sind. Oder mal ein, zwei da sind. Also wir werden das tatsächlich mal mit den Jungs das nächste Mal machen. Ähm... Dann... Verabschiede ich mich mal fürs Erste. Und ich hoffe, dass wir uns bald aufzeitig wiedersehen, sobald die anderen auch mit dabei sind. Dann... Bis denn. Achso, warte mal. Ich bin ja noch gar nicht fertig. Was ist das? Verwalten. Zurücktreten. Das lassen wir mal drin. Ähm... 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 Aktionen bist du geholt? Ausklippen. Die Frage ist nämlich, ob hier auch was Neues ist. Da wollen wir mal rauchen. Trinken. Bisswasser. Aber wo Bisswasser? Ich hab jetzt so ne Dose. So ne Bisswasserdose. Voll geil. Das hat man auch schon. Also Pummi-Gitarre. Kapitulieren. Fotografieren. DJ. Geil. Ich hab jetzt Frieden. Behalte ich mal. Geil. Ehe. Sowieso sieht. okay das gab es auch schon stimmt okay dann ist das nächste mal